Untertitelung des ZDF für funk, 2017 für die EcoClean GmbH in Filderstadt EcoClean ist Marktführer für industrielle Bauteilreinigungsanlagen Jeder Tag fängt bei mir anders an Manchmal komme ich auch ins Büro Moin Anna Hallo Marcel, wie geht's? Gut, und selber? Auch gut, danke Schön Aber meistens starte ich meinen Arbeitstag morgens von zu Hause aus Denn mein eigener Firmenwagen steht direkt vor der Haustür Packe meinen Koffer und mein Laptop ins Auto und fahre davon dort direkt zum Kunden Denn wir sind die Brücke zwischen Kunden und Kundendienst Als Servicetechniker im Außendienst bin ich mit meinem Firmenwagen zwischen den einzelnen Einsatzgebieten deutschlandweit und im Ausland tätig Diese Abwechslung und Kundenkontakt sind genau das Spannendste Ja, hallo Das haben wir gleich Wenn es mal klemmt, dann helfe ich beim Kunden vor Ort Sei es in Betriebnahmen, Wartungen, Reparaturen oder auch Bedienerschuhen Und wenn ich mal nicht weiter weiß kann ich immer jemanden aus meinem Team anrufen Juan Felix, wie kann ich dir helfen? Ich mag mein Team und ich mag meine Kunden Sie sind einfach toll und es macht Spaß mit ihnen zusammen zu arbeiten Klar hat jeder seine Eigenheiten Aber ansonsten wäre es doch langweilig Bei der EcoClean haben wir zudem eine Akademie wo verschiedene Schulungen und Weiterbildungsangebote angeboten werden Wir suchen Mitarbeiter, die eigenverantwortlich arbeiten können wissbegierig sind und hartnäckig, wenn es mal ein bisschen komplizierter wird Spaß am Arbeiten darf natürlich auch nicht fehlen Ich fühle mich sicher bei der EcoClean, weil die Arbeit mir Spaß macht Und mir persönlich gefällt die Abwechslung und dass ich draußen mein eigener Chef bin EcoClean bietet flexible Arbeitszeiten, Raum für Mitgestaltung und ein tarifgebundenes Gehalt Außerdem wird auf meine privaten Termine Rücksicht genommen Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann bewirb dich jetzt Bis bald! EcoClean – Technologie, die inspiriert Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020